er leute um ich habe herausgefunden dass und wenn die Kinder kostenlosen Union genauer zehn Minuten aufnehmen kann man sich eigentlich so relativ gut in der Mannschaft halt besser und ich würde noch schnell die Kisten hier ja dann zurück machen und dann war's das dann auch für heute ich weiß noch nicht in wieviel ab Abständen ich dann Videos hochladen ich weiß es wirklich nicht ich muss gucken wow da komm ich mal so Kiste ah dann machen wir das auch noch schnell kriegen wir zwei neue Kühe eins fehlt noch was ein Kuh aber ja so ihr meint gehen so 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 ja so so ich habe sagen dann war es das wir sehen uns dann nicht um obwohl er es mehr wir machen mehr abkommen zu machen auch noch das ist Joachim 20 Minuten ich müsste da eigentlich auch höher machen eigentlich ich betone eigentlich weil das ist ja auch scheiße auch komplett so stein stufe stein und auch noch mal mal und 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 Nummer zwei, eins, zwei, zwei, ja, steck's auf, okay. Scheiße. Wer wissen will, wie ich, wo Herr Schalt weiß, wie diese Villa da aussieht, der kann ja auf Google einfach eingeben, kleine, moderne Villen, also, ne, Villen, und dann seht ihr da ein paar Bilder, dann müsste er noch ungefähr der Meisterbein sein, weil mit dem Kamin, das ist dann nämlich nicht, das hab ich so gern. Hey, du hast es recht dazu. Was, aber ich hasse noch. Ja, aber du hast es recht dazu, das zu machen. Oh, Bichtenholz, wie sieht das aus? Das ist immer eklisch. Eichenholz. Ich bin ja auch Angstdorf. So. Uah. Wenn das mein Haus fertig wird, wird jetzt erst mal Kass. Ah, ich bin runtergefallen. Jetzt, jetzt sieht es erst mal Kass nicht aus. Was? Sieht Kass nicht aus. Erst mal wieder vor, kann ich nicht was. Geist. Und geiles Haus. Geist. Uah, ich bin so doof. Uah. Das wissen wir. Du hast noch. Hm, vielleicht sind sie. Das heißt doch bei Tempel, wenn man schon gesagt hat. Ich bin da drauf. Vielleicht sind wieder zehn Minuten vorbei. Also, wir wissen es doch schon. Wisst, ich muss ganz schnell... Uah, ich bin so ein dummer Girl. Wir wissen das. Oh nein. Nein. Aber das ist sehr niedrig. Ich bin so ein dummer. Ich bin so ein dummer. Ich bin so ein dummer. Ich bin so Sachen dran und so. Ich bin so ein dummer. Ich bin so ein dummer. Oh, noch mehr. Oh, noch mehr. Oh, noch mehr. Was? Okay. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich muss gucken, ob ich das alles heute schon hochladen kann oder ob ich den ein Part heute hochlade. Und das anderen dann halt morgen muss ich gucken. Naja, auf jeden Fall, das war's. Ich hoffe, es gefällt euch. Und wie die anderen ja auch immer sagen in ihren Netflix, Daumen hoch und lieber ein Abo würde ich mich sehr freuen. Ciao!